Also, ich unterrichte jetzt circa schon über zehn Jahre an den landwirtschaftlichen Schulen in Kärnten und nach meinen zwei Babypausen für meine zwei Söhne, die neun und sechs Jahre alt sind, bin ich natürlich total euphorisch wieder zurück in den Schuldienst und übe diese Euphorie natürlich an meinen Schülern jeden Tag aus. Weil ich nur glaube, wenn man ein Feuer für sich irgendwo drinnen hat und für das wirklich brennt, dann kann man das auch den Schülern eins zu eins wiedergeben. Ich unterrichte eben an der landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof und wir haben wirklich die Möglichkeit, jeden Tag zu sehen, wie von der Urproduktion draußen am Feld die Produkte weiterveredelt werden und dann zu einem zauberhaften täglichen Menü weiterverarbeitet wird. Und ich glaube, gerade das ist unser großes, großes Plus in den Landwirtschaftsschulen, mit dieser Möglichkeit zu zeigen, wo kommt es her, wo geht es hin. Die Produktpalette von unserer Schule ist wirklich so breit gefächert, da könnte ich wahrscheinlich jetzt zehn Minuten selber nur über die Produktpalette sprechen. Aber ich glaube, gerade Slow Food macht auch für uns den großen Trend oder es ist für uns ganz, ganz von Vorteil, unsere landwirtschaftlichen Produkte wirklich komplett in Szene zu setzen, die wirklich einfach wunderbar sind. Die Erarbeitung mit den Schülern und den Schülerinnen zum Thema Hauswirtschaft 4.0 ist einfach nur spitze und klasse. Ich muss ehrlich sagen, es ihnen taugt es so, diese Modernisierung im Haushalt zu erleben und zu sehen, ob das jetzt der Staubsaugerroboter ist, ob das ein Fenstersauger ist oder was auch immer, ihnen gefällt es einfach ganz, ganz gut. Mir gefällt es auch, weil man einfach eine Bewusstseinsschaffung für sämtliche Technologien hat und dass sie eben sehen, welche Modernisierungen und Arbeitserleichterungen es wirklich im Alltag gibt. Tatsache ist aber auch, dass meine jungen Damen und Herren gleich bald einmal draufgekommen sind, dass diese ganze Technik, so wie gerade früher, arg zwischendurch nicht funktioniert und es auf die guten alten Hände drauf ankommt. Lieb finde ich dann zum Beispiel auch, dass sie sagen, gerade diese liebevollen Details, die nicht maschinell sind und die nicht computergesteuert sind, auf die kommt es drauf an und das sind diese Werte, die den Haushalt wirklich so wohnlich machen und so wie auch in unserem Bild orange eben die Farbe für die Herzlichkeit im Haushalt ist, weil ich einfach glaube, das ist das A und O, worauf es bei unseren Schülern ankommt. Ich glaube auch wirklich oder ich bin fest davon überzeugt und viele von euch sind ja auch im Unterricht, unsere Schüler verfügen wirklich über diese Basics, die sie später einmal für den Haushalt brauchen und diese Basics machen es nur möglich, dass man den Haushalt wirklich im kleinen Finger führt und gerade wenn ich das im kleinen Finger führen kann, habe ich dann Zeit für meine berufliche Verwirklichung, so geht es mir persönlich und privat natürlich auch. Nur wenn ich meinen Haushalt, meine Kinder, mein Leben im Griff habe, kann ich natürlich volle Energie einstecken und die Frau Landesschulinspektor ist so nett und ruft mich an und sagt, komm, fahr mit nach Wien und ich sage, jawohl, das machen wir. Also danke Herr da fürs Vertrauen. Ja, ich habe dann auch zwei Zitate ausgesucht, weil ich mir einfach denke, das passt ganz, ganz gut. Langweilig zu sein ist die ärgste Sünde des Unterrichts und davon bin ich wirklich vollkommen überzeugt. Ich glaube nicht, dass man die Obermethoden oder was auch immer alles braucht, man braucht einfach Begeisterung und man muss sie mitziehen. Und schon gar Geld, der hat gewusst, und der hat wirklich irgendwann einmal gelebt, würden meine Schüler wieder sagen, die Jugend will lieber angeregt werden und nicht unterrichtet. Also ich trage wirklich den Spieß um, gerade mit dem Kompetenzorientierten hat man wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe ihnen nicht alles vor, sondern ich schmeiße ihnen einmal den Brocken hin wie den Staubsauger-Roboter und sage, und jetzt probiert es einfach einmal. Meine Schüler lieben es eben grundsätzlich, Vergleiche, Wettbewerbe und natürlich auch Verkostungen zu machen. Also das sind dann die aller, aller, allerbesten Stunden. Wir haben zum Beispiel einen Wettbewerb gemacht zwischen einem elektrischen Fenstersauger und herkömmlichen Reinigungsmethoden und da muss man sich wirklich ganz einfach vorstellen, man stellt sich da nebeneinander auf und versucht wirklich sämtliche Reinigungsmethoden, die es heute im Haushalt gibt, da einzubauen. Und dann macht man wirklich einen bahnharten Wettkampf und dann sieht man, die Technik versorgt aber leider. Sie freuen sich dann irrsinnig, ich will jetzt nicht negativ gegen die Technik sprechen, also Muskelkraft ist ganz, ganz toll, aber die Technik macht es uns halt leichter. Wir haben auch zum Beispiel ein Dampfbügeleisen ausprobiert, mittlerweile zum gleichen Preis erhältlich, mit Temperatur und Materialerkennung, ist ja nicht zum Vorstellen, haben die Schüler gesagt, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Sie haben mich natürlich im nächsten Moment gleich gefragt, die Bügelsymbole müssen wir aber jetzt nicht mehr kennen. Da habe ich gesagt, naja, falls alle Stricke reißen, sollten wir die Bügelsymbole trotzdem noch kennen. Ja, für mich ist es einfach wichtig, die Jugendlichen zu begleiten in ihrer Entwicklung, dass wir eben in der Zukunft wirklich ganz, ganz kritische Konsumenten haben und dass diese kritischen Konsumenten nicht nur Produkte hinterfragen, sondern wirklich auch sämtliche Technologien. Ob das jetzt, so wie am Tag der Hauswirtschaft, eben am 21. März nächste Woche unsere Alexa dann in Roboter starten wird und alles für uns im Haushalt übernehmen wird. Also wirklich dieses kritische Hinterfragen ist mir eben ganz, ganz wichtig. Und ganz interessant ist eben auch, je technologisierter eigentlich alles wird, desto bodenständiger sind eigentlich unsere Schüler und sagen, naja, eigentlich brauche ich das nicht. Wir sind lieber für die bodenständigen Produkte und für die ganzen Sachen zu haben und bereit. Und gestern habe ich gerade Ernährung und Haushaltpraxis gehabt mit 17-jährigen Burschen. Also die kommen in den ersten Jahren, sind dann kleiner wie ich und im dritten schaue ich dann eigentlich nur mehr so auf und sie sind eigentlich eine, nicht übergewichtig, aber wohl genährt und gute Buben. Und da haben wir gestern zum Beispiel wirklich selber Hamburger gemacht und die Burger-Bands selber gepacken und dann sind sie halt wirklich vom Burger gesessen und haben gesagt, das gibt es nicht, ich kriege ihn nicht runter. Sag ich, das kann ich nicht sein, du bist ja sonst immer hungrig. Nein, es geht sich nicht aus. Also dieses Hinterfragen einfach von, ich gehe zu McDonalds und isse dort drei Burger und bin jetzt satt und da mache ich mir wirklich selber, isse den und denke mir, boah, wow, das hat mir jetzt wirklich was gegeben. Ja, ich möchte eben nur sagen, mir taugt das eben auch, wenn es ihnen dann selber auffällt, wenn wir dann irgendwo auf Exkursion sind oder übernachten, dass sie dann zum Beispiel hergehen und sagen, haben Sie gesehen, Frau Fachlehrer, da waren rote Erdbeeren. Sag ich, wo hast du rote Erdbeeren gesehen? Ja, beim Frühstücksbuffet, es ist mitten im Winter. Sag ich, ja und, hast du sie probiert? Ja, grauslich waren sie. Sag ich, seht's. Und das ist eben das, worauf es darauf ankommt, dass sie wissen, wir essen jetzt keine Erdbeeren, wir essen auch keine Ananas, wir warten oder wir bevorzugen wirklich lieber die Früchte der Saison natürlich und vor allem auch unsere eingelegten Sachen und Dörrfrüchte natürlich. Ich hoffe einfach, dass es wirklich in den Trend weiterhin geht, dass wir sagen, wir entscheiden uns für regionale, hochwertige Produkte und wirklich verweigern, möchte ich eben auch nicht sagen, aber setzen uns bewusst dagegen ein, irgendwelche massenkonventionell produzierten Fertigprodukte in unseren Haushalt einzuführen. Das ist mir eben eines der wichtigsten Anliegen und grundsätzlich eben zum Abschluss möchte ich auch noch sagen, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, einen Haushalt effizient zu führen, weil man einfach dann die Chance hat, also aufgrund dieser Effizienz dann wirklich mehr Zeit für Genuss, für Ernährung und vor allem für unsere Liebsten im Haushalt für die eben Zeit zu haben und nicht für das große Drumherum. Und mir taugt das ganz, ganz besonders, dass wir nächste Woche am 21. März wirklich diese großen Veranstaltungen wirklich in ganz Kärnten oder in ganz Österreich natürlich haben werden und sagen, was wirklich in uns Hauswirtschaftlern wirklich steckt und was für ein toller Beruf und was das eigentlich wirklich für eine Berufung ist, da in der Hauswirtschaft zu leben und tätig zu sein. Danke.